oh mann oh mann oh mann oh mann leute ich kann nicht mehr dieses scheiß weihnachtsgefressen aber schön dass ihr da seid ich glaube ich platz gleich ich platz gleich mein gott gott sei dank es heute zweite weihnachtsfeiertag der 26 12 und epic hat wieder ein gratis spiel für uns dann kann ich mich jetzt schön hinsetzen my time im portal installieren was es heute am tag 10 bei epic gibt und die ganzen überschüssigen funde einfach so an mir runter hängen lassen die ich mir jetzt über weihnachten angefressen habe wie gesagt heute ab 17 uhr gibt es dieses spiel ihr habt 24 stunden zeit um es euch zu holen morgen am 27 12 gibt es wieder ein klasse spiel für euch um 17 uhr wenn ihr wissen wollt was los ist was es gibt abonniert den kanal aktiviert die glocke und wenn ihr ganz viel langweile habt kommt uns auf dem discord besuchen die meisten werden hier nicht viel reden weil sie alle ziemlich voll gefressen sind über die feuerfesttage und jede bewegung beziehungsweise jede atmung denen eigentlich weh tut aber ich denke mal wir freuen uns trotzdem wenn ihr dabei seid ich verabschiede mich wünsche euch noch einen zweiten schönen feiertag und bis morgen geht weiter ich und Musik 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 Musik